Musik 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 Ja, klar! Jetzt komm raus! Komm! Musik 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 Komm! 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 Okay, das ist gut so! Snack! Sniack! Woe, 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 woe! Shhhhhhhhhh shiit! Schönen Tag. Guten Abend, aus einem Stadtviertel aus Panama haben uns unglaubliche Bilder spontaner Selbstentzündung erreicht. Einheimische reden vom Mythos des Burning Man. Vor Ort, für uns, unser Außenrapporter Sleeper. Sleeper, kannst du uns hören? Ja, herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu dem heutigen aktuellen Thema. Die Superheldenlandung hat einfach rein müssen. Ah, die tut so gut. Ich chillte eigentlich gerade so auf Bio 4, bis mein Bruderherz mir eine Party-Einladung schickte. Und bei diesem Spiel waren wir Zeuge eines Glitches, der war unglaublich. Und dem mussten wir nachgehen. Ich war so geflasht mehr als jemals zuvor bei irgendeinem dieser Triarch-Spezialisten. Okay. Okay. Ich versuche es, ich versuche es. Aha. Boah, ich liegst die Nieder. Ah, was ist denn da los? Äh, Chisiko mehr, Chisiko Waffe. Das ist definitiv nicht du. Genau da schauen wir nochmal genauer hin. Es ist aber, das heißt, wir müssen die Niederlande bekälen. Jungen aufgeregt die Niederlande, wo der Reise ist, geht's mit der Niederlande trenent. Die Niederlande, die Niederlande, die Kuss auf 24 Uhr fahren, geht's weiter, der C.: Sie sind nicht und D.T. Sie verreiten, aber auch auf 1 Jahr, sie sind nie kaputt, sie väßte, die Niederlande, die Niederlande sind. Komm und weg! Komm und weg! Ja! War wieder klar! So, komm her! Komm her! Komm her! Warte! Oh! Hey Cheeslee, da ist ein Knifer in der Prind. Oh, du Arsch! Ha, 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 ha! Ja, 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 ja. Da liegt er und zuckt. Weil er kein Ehm hat für 30 Jägerbeschüsse. Vielen Dank. Ja, 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 ja. Also wenn der Typ keine Mission hat, wer dann? Ja, ja, ja. 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 Glaubt mir, ich habe alles möglich probiert, um diesen Glitch nochmal nachzuvollziehen. Und wenn ich sage, dann meine ich auch alles. Und mit diesen Bildern gebe ich wieder zurück ins Studio. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das waren die brandheißen Jungs von Ihrem Lieblingskanal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.